Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich euch die Sauté-Zange von Pemperchef vorstellen. Sauté oder Sautieren heißt ja, dass ich Dinge in der Pfanne von allen Seiten anbrate. Eigentlich überschwenken oder springen lassen, aber manchmal geht das nicht so gut und man möchte das Bratgut dann doch per Hand wenden und dafür ist wirklich diese Sauté-Zange von Pemperchef perfekt. Denn ihr könnt sehen, die hat hier vorne ganz schmale Spitzen, sodass ihr auch kleines Bratgut oder Gargut super greifen könnt. Ich denke da zum Beispiel auch an kleine Garnelen oder Scampi, kleine Gemüsestückchen. Also alles, was ihr klein geschnitten habt, könnt ihr hiermit ganz gezielt wenden. Die Zange funktioniert auch ganz praktisch. Wenn sie so zusammengeklappt ist, passt sie wirklich in jede Schublade oder jedes Helferkarussell noch irgendwo mit rein. Und wenn ich sie dann einfach umklappe, dann bekommt sie ihre Federspannung und ich kann sie hier benutzen. Und wenn ich dann fertig bin, sie wieder abgewaschen habe, klappe ich einfach wieder zurück und kann sie platzsparend verstauen. Die Spitze und auch die Spitzen sind gefertigt aus Silikon. Das ist natürlich auch hitzebeständig. Ihr könnt damit also wirklich auch direkt in der Pfanne arbeiten. Ja, also ein tolles Produkt, was ihr natürlich auch in meinem Online-Shop bekommt. Den habe ich euch unten im Text zum Video natürlich verlinkt, genauso wie auch meine Website, wo ihr viele weitere Informationen zu den Produkten von Pemperchef findet. Und natürlich könnt ihr gerne jederzeit auch Kontakt direkt mit mir aufnehmen, wenn ihr eine Bestellung aufgeben wollt oder wenn ihr einfach Fragen zu den Produkten habt oder euch andere Videos wünscht. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald!